Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 20. September. Und das ist unsere 700. Geek Talk Daily Folge. Du sagst unsere? Stecken wir wieder zusammen in irgendeinem Hotelzimmer oder an einem Venue von einem Event? Nicht ganz. Achim, 700 Folgen Geek Talk Daily. Herzliche Gratulation. Das war für uns wieder mal der Anlass, uns zusammenzuschalten via Skype. Und ja, 700 Folgen. Wow. Nicht schlecht, oder? Absolut. Und wann haben wir begonnen? Gestartet hat alles am 17. November 2016. Also gut drei Jahre her. Gut, wenn man jetzt noch zwei Monate vorspult. Aber nicht schlecht. Drei Jahre schon podcasten wir täglich. Ja, das ist eine stolze Leistung. Aber wir sind hier nicht zum Feiern. Wir sind hier für die Daily News. Und heute haben wir dabei ganz viel von Huawei, iOS 13, Twitter und YouTube. Ja, Huawei hat den großen Event gehabt in München. Der war angekündigt. Und im Prinzip wussten ja auch alle, was passiert. Es wird das Mate 30 und das Mate 30 Pro vorgestellt. Das ist auch so gekommen. Da müssen wir auch gar nicht lange drum herum reden. Die ganzen Infos, Daten sind wahrscheinlich eh schon bei euch angekommen. Beziehungsweise, wenn ihr euch die Smartphone-Details anlesen möchtet, dann wie immer natürlich einen Link in den Shownotes. Viel interessanter ist das drumherum. Denn das Mate 30 kommt ohne die Google Play-Dienste. Das heißt auch dann ohne den Google Play Store. Und ja, es ist halt auch kein einfacher Sideload des Play Stores möglich, weil das Ding nicht so einfach geanlockt werden kann. Also viele Probleme stehen da erstmal in den Raum. Aber das größte Problem hatten wir ja gestern in der Daily. Oder das größte vielleicht eventuelle Problem, dass das Mate 30 gar nicht nach Europa kommt. Und dem ist nicht so. Huawei hat gesagt, es kommt nach Europa. Der Kashi vom Stadt Bremerhaven-Blog hat nachgefragt. Die haben gesagt, es kommt nach Europa. Sie haben nicht explizit Deutschland gesagt. Aber Martin, du hast ja in die Preise geguckt. Da ist ja weder Deutschland noch die Schweiz drin. In der Pressemitteilung, in der dir rausgegangen ist, die ich, Klammer auf, nicht erhalten habe, Klammer zu, über Umwegen, waren weder Schweizer noch Europreise drin. Genau. Somit ist ziemlich sicher oder könnte es ziemlich sicher sein, dass Schweiz und Deutschland, Österreich nicht unbedingt dabei ist. Genau, weil sie haben ja Angst, dass man hier sich kein Gerät kauft, was keine Play-Dienste und also generell Google-Dienste drauf hat. Ja, das liegt auch nahe. Definitiv. Ja, gab es noch mehr im Bereich Smartphone dazu? Nö. Ich würde sagen, das war es im Bereich Smartphone. Die hatten aber ja noch was anderes am Start. Die haben auch wieder ein neues Modell ihrer Uhr, ihrer Smartwatch vorgestellt, das Huawei Watch GT2. Die hat jetzt einiges mehr an Akku drin. Man hat das natürlich mit den Platzhirschen der Apple Watch verglichen. 15 respektive 30 Stunden. Je nachdem, auch im GPS-Modus, man kann 15 neue Sportarten damit tracken, Telefonbuch ist drauf, Herzfrequenzen werden gemessen. Alles, was so eigentlich in eine anständige Smartwatch reinpasst, wie sich die dann wirklich so schlägt, muss man natürlich dann im eigenen Test anschauen, ob sie wirklich so gut ist, wie da gesagt. Genau, das sieht man dann im Oktober. Das sieht man dann ab Oktober, genau, vorher ist die noch nicht da. Die Telefone, die kommen früher, wenn sie kommen, da wo sie kommen? Weisst du das gerade noch? Ne, das weiss ich jetzt gerade nicht. Dann geht in die Shownotes oder auf daily.geektalk.ch und lest euch schlau, wenn es euch denn dann interessiert. Genau, was aber schon vorher gekommen ist, und das ist das iOS 13 und das WatchOS 6, denn das ist gestern Abend veröffentlicht worden. Genau, da gibt es einige neue Features, wie bei allen Systemen und auf allen Plattformen wird alles dunkler. Es gibt neue Foto-Apps. Was gibt es noch Neues? Wie heissen sie? Also hier die Emojis, hier die Memojis, genau. Also sofern man ein neues iPhone hat, auch mit der entsprechenden Kamera. Dass es unterstützt, genau, die Updates gehen ja bei Apple deutlich weiter runter. Es gibt neue Apple Maps-Funktionen und Siri wurde ein bisschen schlauer. Ja. Und ja, ich glaube, alles andere kann man sich auch nachlesen oder weiss man schon. Ein kleiner wichtiger Hinweis würde ich gerne noch anbringen, wie immer, wenn ihr ein Mac OS nutzt und ein iPad OS nutzt und gewisse Apps, die überall drauf laufen, solltet ihr schauen, dass die wirklich auch kompatibel sind, weil iPad OS kommt erst am 30. September und Mac OS in der neuen Version erst ab dem Oktober. Und ja, somit aufpassen, würde ich doch sagen. Ja, hast du den dann geupdatet? Ich habe logischerweise geupdatet, weil ich schon seit über eineinhalb Wochen auf der Golden Master bin, auf dem iPhone wie auch auf dem Ding. Ich war ja mit PETA unterwegs. Puhi, Martin. Ja, ich mache sowas ja nicht, aber ich habe auch gerade das iPhone angeschmissen und auch die Uhr. Das kann von Vorteil sein. Ich bin gespannt, wie du es findest. Und ja, können wir dann sonst nächste Woche im Geek Talk in der News-Folge darüber berichten. Genau. Dann gehen wir mal zu ganz anderen Themen und zwar das nächste Thema wäre Twitter. Die haben jetzt ein neues Feature in den USA und in Japan rausgebracht und zwar heißt das Hide Replies. Also die Antworten auf Tweets können nun versteckt werden und der Sinn der ganzen Sache ist, es soll so ein bisschen Bullying, Online-Bullying von Leuten verhindert werden. Das ist nicht ausartet, weil Twitter ja, die, vielleicht nicht die einzigste, aber eine von den großen Social-Media-Plattformen ist, die es dem Autor des Original-Posts, in dem Fall halt von einem Tweet, nicht ermöglicht, Replies von irgendwelchen Leuten zu löschen, wenn die beispielsweise rassistisch sind. Und die kann man jetzt einfach verstecken in dem Fall, im Feed oder eben in den Replies drin. Genau. Und sie versprechen sich davon, dass es einfach vielleicht eine bessere Diskussionsgruppe gibt. Ich bin gespannt. Ich habe da keine große Hoffnung, ehrlich gesagt. Ich auch nicht für das sind zu teilweise auch komische Kauze unterwegs auf diesem Twitter. Genau. Und unsere letzte News, Achim, geht in Richtung YouTube. Genau. YouTube hat ihr Verifizierungsprogramm geändert, beziehungsweise wird es jetzt ändern, hat es schon angekündigt. Und es geht um die Verifizierung, dass man eine entsprechende Person ist. Das kennen wir auch von anderen Plattformen. Mit einem kleinen Häkel wird das oft halt eine kleine Markierung an dem Profil bekannt gemacht. Und bislang war es relativ einfach. Man musste einfach 100.000 Subscriber für seinen Kanal auf YouTube haben und dann konnte man das beantragen. Aber das ist jetzt entsprechend nicht mehr so. Es wird nicht mehr an einer Zahl fertig gemacht, sondern es muss sich entsprechend um eine Person handeln oder um eine Marke, wo ein bestehendes Interesse ist, den oder diejenige auch zu verifizieren. Und das kann dann auch bedeuten, dass die Person vielleicht halt, weil wir nicht nur 10.000 Subscriber hat oder die Marke, es aber einen guten Grund dafür gibt. Und entsprechend, wenn man jetzt einfach ein erfolgreicher YouTuber ist oder auch so einen Bots einsetzt, um sich hoch zu pushen, dass man nicht automatisch entsprechend verifiziert wird. Grund dafür ist, dass viele Leute so ein Verifizierungsmerkmal mit einer, sag ich mal, damit gleichsetzen, dass YouTube sagt, das ist ein guter Kanal oder ein empfehlenswerter Kanal und das ist es ja nicht. Und entsprechend wurden auch Leute in der Vergangenheit verifiziert. Das ist aber auch anderen Social Media Kanälen ja ähnlich, die durchaus kontrovers waren, um es mal so zu sagen. Ja, dann schauen wir mal, wer als nächstes dann so Verifizierungen bei YouTube bekommt. Genau. Hast du schon beantragt? Ich wusste es bis jetzt, wo du das Ganze zusammengetragt hast, hier gar nicht. Nee, und ich bin, glaube ich, zu wenig wichtig für sowas. Naja, aber... Aber ja, man kann es ja probieren. Also ich meine, Link ist drin, vielleicht komme ich noch dazu. Genau. Aber du bist ja wichtig genug für uns und unsere Zuhörer, dass du den Staffelstab übernimmst und nach dem Wochenende dann ab Montag die Zuhörer mit den Daily News versorgst. Das habe ich ganz schwer vor, genau. Und ich würde sagen, Achim, ich überreiche dir den Geek Talk Daily Verifikationsstempel. Alles klar. Vielen Dank, Achim. Und ja, euch, liebe Hörer, ein schönes Wochenende. Genau. Habt ein tolles Wochenende. Habt erstmal einen guten Freitag. Bleibt positiv. Und ja, der Martin ist Montag für euch da. Ich in der Folgewoche. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.